Oh, Flame Man! Kriegt auf den Arsch! Da marscht auf Flame! Oh, diese Musik. Einfach geil. Hallo, Mythol? Die Musik ist wirklich in diesem Level einfach der Wahnsinn. Das war das Level, das so einfach war. In Anführungszeichen. Denselben Fehler wie beim ersten Mal mache ich nicht nochmal. Badadadada Ich renne jetzt auch ein bisschen durch dieses Level durch, weil ich war hier ja schon mal. Und das Level ist nicht schwer. Also wirklich nicht. So. Kann man euch vielleicht mit irgendwas töten? Haha! Toll! Okay. Wir probieren es nicht mehr. Wir probieren es einfach wirklich nicht mehr. Supi! Ein Supi! Zum Kotzen, echt. Ein Supi Run wollte ich gerade sagen. Wollte mich gerade freuen. Ja. Was ist? Tod. Bums. Bei dir, Arsch. Gut. Gut. Energy Tank. Also wenn es was gibt, was ich im Spiel genug finde, dann sind es bisher Energietanks. Aber wer weiß, ob das nicht Absicht ist. Vielleicht kommt wieder so ein Ekel-Boss am Ende. Ähm. Flamme. Also probieren wir mal mit Blizzard. Hab ich das schon probiert? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hallo Flammenmann! Was konntest du nochmal... Ach ja. Schön beschissene, nervige Sachen. Das bringt ja gar nichts! Meine Fresse! Äh. Ich denke, das war's. Mann! Energietank. Wir haben genug. Es gibt's doch nicht, dass keine Waffe hier irgendwas bringt! Das auch nicht! Das sowieso nicht. Das hat was gebracht, oder? Oh Mann. Das hat was gebracht, oder? Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Flammenmann! Dort! Uhuhu! Alle acht! Alle acht! Alle acht! Und ich hab gar nicht so extrem lang und viel und so gebraucht. Rush Power Adapter, aha. Oh, ist ja niedlich. Okay. Stage Select. Mr. X! Aber wollen wir natürlich noch nicht, sondern wir wollen erst... Erst muss ich mal... Ich mach jetzt einen Break, der für euch wahrscheinlich genauso kurz dauert, wie jeder andere Break. Für mich ein paar Minuten länger, denn ich werde mal gucken... googeln, was jetzt das heißt. Was heißt der Megaman-Kopf und was heißt, wenn kein Megaman-Kopf drin ist? Also, ich vermute ja, dass der Megaman-Kopf heißt... Nee, ich weiß es nicht. Entweder heißt der Kopf, da gibt's noch was, oder er heißt eben, da gibt's nichts mehr. Aber... Ja, schwer zu sagen. Keine Ahnung. Von daher, euer Dusty, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.